Der Leica Disto X6 mit seinem extrem robusten Gehäuse garantiert zuverlässige Messungen auch unter den härtesten Baustellenbedingungen. Mit dem digitalen Zielsucher können Sie bei hellem Sonnenlicht bis zu 40 Mal weitermessen, als Sie den Laserpunkt mit bloßem Auge erkennen können. Der große Touchscreen ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung. Sie können 300 Messergebnisse auf dem Disto speichern und im Büro über die USB-Schnittstelle zur weiteren Verarbeitung herunterladen. Die zusätzliche seitliche Messtaste garantiert eine ergonomische Bedienung in jeder Messsituation. Intelligente Sensoren des aus Metall gefertigten Adapters Leica Disto DST360X ermöglichen zusammen mit dem Disto X6 das Messen von Distanzen zwischen Punkten, Linien oder gar komplette Aufmaße. Das Ziel kann mittels Feinjustierung genau anvisiert werden. Mit der Leica Disto Plan App können Messergebnisse einfach dokumentiert und in 2D oder 3D visualisiert werden. Die Daten können unmittelbar zur Weiterverarbeitung im CAD ins Büro gesendet werden. Die P2P-Technologie ist somit eine sichere und effiziente Messmethode, wenn es um komplexe Messsituationen geht. Gummikomponenten schützen bei Falttests aus bis zu 2 Metern Höhe. Das Gerät besitzt die Schutzklasse IP65 und ist somit speziell gegen Wasser und Staub abgedichtet. Das kratzfeste Farbdisplay mit IPS-Technologie zeigt das Ziel klar und deutlich. Leica Disto X6. Make measuring easier. Use the original. Leica Term 올라 acquis. Use of L Leica Terminal Vielen Dank.